Die Rolle der Führungskraft hat sich beim hybriden Arbeiten nochmal ein bisschen spezifiziert. Wir haben jetzt eben die Herausforderung als Führungskräfte, dass wir mit anderen Settings arbeiten, als das vor der Pandemie war. Wir haben eben diese Realität, dass wir die Teammitglieder in den Home Offices haben und die Teammitglieder hier bei uns in den Büros. Und da ist es eben schwierig, es nicht in eine so gefühlte Zweiklassengesellschaft kommen zu lassen, sondern wirklich da den Teamgedanken aufrecht zu erhalten. Dafür ist eben auch entsprechend die Wahl wichtig. Wann will ich was von wem und wie gestalte ich das? Also wie gestalte ich Meetingstrukturen, Showfixe, Präsenzmeetings und immer mit der Frage, die Methode folgt dem Prozess. Also welches Ziel will ich erreichen und welche Methode wende ich dafür an? Also Methode im Sinne auch von wie bereite ich diese Meetings didaktisch auf? Und das sind Herausforderungen, die hatten die Führungskräfte so in der Form oder auch in der Intensität vor der Pandemie nicht. Und deshalb braucht es aktuell eben auch nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz. Und wir haben, wir sprechen immer von der Führungskraft als Host, also die Führungskraft als Gastgeber. Und das ist eine Haltungsfrage. Ja, ich bin Gastgeber, ich lade Teammitglieder, Menschen, wen auch immer ein, mit mir zusammen oder mit uns zusammen etwas zu gestalten. Und da habe ich eben eine andere Rolle als diejenige zu sagen, das und das wird bis dann und dann gemacht. Es ist mehr ein agiles Arbeiten, ein Arbeiten mit eben kleineren Schritten und methodischeren Settings, wie wir sie vorher in der Form nicht gebraucht hatten, weil wir gewohnt waren, an unseren Konferenztischen uns so lange auszutauschen über Themen, die wir hatten, bis das wir fertig waren. So, das hat sich etwas verändert in dieser Zeit.